Also ich mache weniger Theorie, sondern mehr Praxis, weil ich bin, ihr wisst, ich bin Journalistin, ich bin seit 1976 in Südamerika als Auslandskorrespondentin und war vorher hier in Deutschland und habe auch hier in Deutschland schon damals wegen Datenschutzgesetzen prozessiert in 70er und 80er Jahren. Also ich bin von der alten Garde und damals gegen BND, Verfassungsschutz und die ganze Geschichte, du sagst gerade Transparenz, ich habe mal versucht, meine Fingerabdrücke löschen zu lassen, da müsste es eigentlich dann ein Protokoll angefertigt werden, haben sie nie gemacht. Also ich glaube diesen Leuten einfach nicht, das ist das Hauptproblem, weil man hat ja keinen Zugang, sondern muss sich darauf verlassen, was die einem sagen. Es gibt ja keinen Ombudsmann, den wir wählen, der dann da auch reingehen. Dann könnte man vielleicht von Transparenz sprechen, aber das, was die einem anbieten, ist es ja nicht. Aber darüber geht es erstmal nicht. Es geht hier ja um sichtbare und unsichtbare Systeme und es geht um Informationen verstecken und wie man sie eventuell doch herausbekommt. Also das sichtbare System dieses Systems, eigentlich will man ja hier gar nicht von Systemen sprechen, sondern sagt immer, das ist ja die Demokratie, ist der Bürger, ist der Souverän. Daraus geht eigentlich ja vor, dass er damit auch sich informieren muss, was der Staat macht. Der Staat lebt ja vom Bürger im Grunde, von den Steuergeldern. Wir haben seit 2005 ein Informationsfreiheitsgesetz, das IFG, was hier überhaupt nur mit großem Widerwillen verabschiedet worden ist, weil man das machen musste im Rahmen der Europäischen Union. Dieses IFG ist mit großen Lücken behaftet. Vor allem werden eben die Geheimdienste grundsätzlich von der Auskunftspflicht ausgenommen. Und die im Parlament vertretenen Parteien haben es bisher nicht für nötig gehalten, das mal verfassungsrechtlich überprüfen zu lassen. Also ich hatte damals mit dem Ströbele, den ich lange kenne, darüber gesprochen und gesagt, ja, das ist ein großes, wir mussten das damals verabschieden, weil es uns jetzt gar kein IFG gegeben hat. Dann bring das mal nach Karlsruhe. Es kann doch nicht sein, dass bestimmte Behörden einfach sagen, machen wir nicht. Ja, sind Schnarchnasen, auf Deutsch gesagt. Und die Linken machen auch nichts da in dem Bereich. Und ich habe auch vor den Piraten keinen Vorstoß gehört. Also das muss man mal machen. Das IFG ist überhaupt voller Probleme. Die Behörden schüchtern die Bürger ein, indem sie dann auch hohe Gebühren verlangen. Und sowieso, ich muss hier als Antragstellerin erst mal genau sagen, was ich eigentlich will. Das heißt, manchmal weiß man das ja gar nicht, weil man erst mal so eine Kartei durchsehen können müsste, bevor man genau weiß, worauf man hinaus will. Auch dazu gibt es keinen Zugang. Also das IFG ist dringend erforderlich für ein Demokratiegebot, aber auch zum Beispiel im Kampf gegen Korruption. Also wie ist ein bestimmter Auftrag vergeben worden oder im Bereich der Energiewirtschaft, dass die Bürger einfach wissen, das überprüfen zu können, auch in der kommunalen Planung. Und das passiert nicht, weil das immer noch mit viel zu großen Hürden verbunden ist. Daneben gibt es das etwas ältere Bundesarchivgesetz, beziehungsweise die entsprechenden Landesarchivgesetze. Da sind die Geheimdienste zum Glück nicht ausgeschlossen, was den Geheimdiensten natürlich große Sorgen bereitet. Da steht nämlich drin, dass im Grunde nach 30 Jahren alle Behördenakten frei sind. Es sei denn, es liegt eine Sperrerklärung vor. Eine Sperrerklärung ist, ich sage es mal im Falle vom Bundesnachrichtendienst, ist, da ist die dienstaufsichtsführende Behörde das Bundeskanzleramt. Und da muss das Bundeskanzleramt dann sagen, diese Akten können nicht rausgegeben werden, weil sonst die Bundesrepublik in sich zusammenbricht. Ich habe 2008 gegen den Bundesnachrichtendienstklage erhoben. Und zwar ging es um die Akten über Adolf Eichmann. Das war ein Kriegsverbrecher, von dem der Moss hat behauptet, ihn in einer heldenhaften Aktion aus Argentinien entführt zu haben. Das ist eine Geschichte, die hinten und vorne erlogen ist. Das stimmt alles so nicht. Aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Das war das erste Verfahren, was geführt worden ist. Ich habe den BND damals auch ziemlich kalt erwischt, weil ich habe erst mal einen Antrag gestellt in Pullach. Und da ich ja schon mehrfach gegen den Bundesnachrichtendienst geklagt hatte, also damals gegen das Verbrechensbekämpfungsgesetz. Die kannten mich also schon und haben mir dann ganz nett zurückgeschrieben, Frau Weber, ja, wir haben die Akten, die Sie wollen. Das sind 4.000 Blatt und die werden wir Ihnen nicht geben. Und das fand ich natürlich klasse, weil damit hatte ich den Beweis, die haben das. Und dann haben wir, also der Anwalt war damals der Rainer Gollen, uns bezogen aufs Bundesarchivgesetz und haben dann geklagt. Und wir haben bis auf 100 Seiten, die nach wie vor geheim gehalten werden, mit einer Sperrerklärung vom Bundeskanzleramt, im Grunde auch gewonnen, jedenfalls juristisch. Frau Merkel, also das Bundeskanzleramt, hat dann die Sperrerklärung damit begründet, dass der Mossad eben dies so gewollt habe. Und da man in Zeiten von Terrorismus eben auf die Zusammenarbeit der Dienste angewiesen sei, könne man es sich nicht erlauben, dass der Mossad beleidigt sei. Das ginge nicht. Und diese 100 Seiten sind nach wie vor geheim. Im Grunde weiß ich inzwischen aber ungefähr, was da so drinsteht. Ich habe das auch alles veröffentlicht. Auf meiner Homepage findet ihr darüber die Berichte. Aber wie gesagt, es geht hier um den Informationszugang. Ich habe in Sachen Eichmann, klage ich auch in Argentinien im Moment, da haben wir erst seit sehr kurzer Zeit ein Informationszugangsgesetz bekommen. Ich habe aufgrund eines Dokuments, kann ich beweisen, eines Dokuments aus ganz öffentlichen Archiven, dass nach dieser Eichmann-Entführung es einen Vertrag zwischen Israel und Argentinien gegeben hat. Also da ist von der Entführung wirklich keine Rede. Und das steht ja auch so drin in diesem Dokument. Und ich möchte diesen Vertrag jetzt haben. Es gibt in Argentinien juristisch keine geheimen Verträge. Aber es gibt natürlich zwischenstaatliche Zusagen, Dinge vertraulich zu behandeln. Also für die Jüngeren von euch, die Eichmann-Geschichte, die war 1960. Also da sind zwei Generationen dazwischen. Da gibt es überhaupt keinen irgendwie logischen Grunde, das weiter geheim zu halten. Dieses Verfahren läuft in Argentinien. Es ist eben problematisch juristisch, weil es dort Leute nicht machen. Und weil Israel natürlich auch das ganze Repertoire der Erpressung, die wollen das also auf Teufel komm raus, unbedingt weiter geheim halten. Das Verfahren läuft. So, dann, das sind sozusagen die sichtbaren Systeme. Dann gibt es Möglichkeiten, wie versteckt eine Behörde ihre Dokumente? Also es gibt einmal verschiedene, jedes amtliche Dokument hat eine Geheimhaltungsstufe. Sagen wir mal im Auswärtigen Amt, das Niedrigste ist nur für den Dienstgebrauch. Dann gibt es Geheim, dann gibt es Top-Geheim und dann gibt es da noch Sachen, die sind beim Hängen mit NATO zusammen. Da gibt es nochmal eigene Geheimhaltungsstufen. Und die erfahren alle einen verschiedenen Umgang mit dem Zugang. Also diese nur für den Dienstgebrauch Dokumente, die sind in der Regel wirklich nach 30 Jahren kommt man dann da dran. Und im Auswärtigen Amt zum Beispiel ist auch der Zugang zum Findmittel relativ gut geregelt. Also das ist, die arbeiten da ganz gut. Bei den vertraulich geführten Vorgängen ist das schwierig. Da gibt es dann auch ein Register, wo die immer noch vertraulichen Vorgänge drin sind. Da habe ich auch Zugang erkämpft, weil die wissen, ich bin konfliktfreudig, haben sie mich dann dran gelassen. Da kommt man dann dran an die Titel, kann man sagen, das interessiert mich das und das an das auch. Und dann geht das in das Fachreferat und dann wird das freigegeben. Problematisch wird es bei Dokumenten, die von einer anderen Dienststelle kommen. Dann kann man dann so ein Entnahmeblatt finden. Hier ist ein Dokument des Bundesnachrichtendienstes, Aktenzeichen so und so, Datum so und so, Titel so und so. Bleibt weiter geheim. Bitte wenden Sie sich an den Bundesnachrichtendienst. Das kann dann klappen, aber wenn es dann steht, das kommt vom CIA, von der CIA oder von der US-Botschaft, dann wird es meistens sehr schwierig. Weil dann müsste man es dort beantragen, das dauert ewig. Das ist Auswärtiges Amt. Aber das Auswärtige Amt hat natürlich Akten, die es auch nicht freigeben will und eigentlich freigeben müsste, weil sie über die 30 Jahre weg sind. Was macht das Auswärtige Amt, was macht das Kanzleramt, die privatisiert? Ich sage dazu, hier ist bandenmäßiger Diebstahl am Werk. Das läuft dann nämlich so. Ich bin Hans Glopke. Ich habe den Kommentar zum Nürnberger Rassengesetz geschrieben. Danach war ich jahrelang Aufsichtsbeamter bei den BND, erst Organisation Gehlen, dann den BND und war Staatssekretär von Adenauer. Also ich bin Staatsbeamter. Was ich schreibe, was ich anfertige in meinem Dienst als Beamter, das gehört der Bundesrepublik Deutschland. Darüber gibt es auch Gesetze. Aber ich als CDU-Mann, ich will ja nicht, dass man Nachfolger, dann kommen vielleicht irgendwelche so Halbkommunisten, damals galten die LSD, galten ja noch als Links. Also das möchte man ja verhindern, dass da irgendwelche Leute da meine Akten da mal sehen. Also, wenn ich aus dem Amt gehe, solange habe ich ja noch die Kontrolle, was da passiert, nehme ich alles mit, nimm es zu mir nach Hause. Und wenn ich sterbe, dann habe ich, dann hat meine Erbin, in dem Fall bei Herrn Glopke ist das die Tochter, die sagt dann, was soll ich denn damit, um Gottes Willen, und gibt es der Konrad-Adenauer-Stiftung. Also zum Beispiel diese ganzen BND-Geschichten, die sind da ja alle drin. Dann habe ich angeklopft bei Konrad-Adenauer-Stiftung, ich hätte da gerne Zugang. Sagen sie, nee, eigentlich nicht. Da habe ich gesagt, kommen Sie mal, dann haben Sie mir ein Teil gezeigt. Es sind alles Original-Dokumente, zum Teil geheim, zum Teil top secret gestempelt. Und einen Teil haben Sie mir erst gar nicht gegeben. Und dann habe ich da rumgemeckert, aber die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine private Stiftung. Die kann entscheiden, wem sie das gibt, nämlich ihren freundlich gesonnenen Schreiberling. Ich habe es nicht bekommen. Ähnliches ist mir passiert in der Deutschen Bank. Da ist nämlich Herr Abs, ihr wisst, Herr Abs war ein Kriegsverbrecher. Er war Deutsche Bank, er ist verurteilt auch als Kriegsverbrecher, hat praktisch gar nicht gesessen, nur ganz kurz, und war dann nach dem Krieg Adenauers offizieller Beauftragter als Vertreter im Londoner Schuldenabkommen, 1952, und bei der Aktion der Wiedergutmachung mit Israel, auch 1952, und 1960 bei der Operation Geschäftsfreund. Das war eine Zahlung an Israel zur Finanzierung des Atomkraftwerks in Dimona. Er war völlig am Parlament vorbei, ist alles über Abs gelaufen, und Abs, was er an Dokumenten fabriziert hat, müsste eigentlich im Bundeskanzleramt liegen. Er hat ja im Auftrag des Bundeskanzleramtes operiert. So, dann habe ich mir die Akten kommen lassen im Bundesarchiv in Koblenz. Dort liegen die Akten vom Kanzleramt, sowohl zum Wiedergutmachungsabkommen, als auch zum Schuldenabkommen, als auch zum Geschäftsfreund. Und dann kriegt man da so drei Zettel oder so, ein paar Zeitungsaufschnitte, und mehr ist da nicht. Das hat nämlich Herr Abs auch alles mitgenommen, und er wurde dann ja auch wieder bei der Deutschen Bank gern gesehen, und bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, staatliche Bank. Und hat es dann nach seinem Tod ist das Ganze gelandet beim Historischen Institut der Deutschen Bank. Und da habe ich auch angeklopft, hätte ich keinen Zugang, haben sie gesagt, nee, Frau Weber, aber sie gar nicht. Daraufhin habe ich beim Bundesarchiv nachgefragt und habe gesagt, das finde ich ungerecht. Das ist staatliches Material. Das ist mal gestohlen worden. Das nennt sich juristisch Verwahrungsbruch. Ich sage da zu Diebstahl und zu den Archivaren, die habe ich, ich habe es ja auch angezeigt, bei der Staatsanwaltschaft, wegen Hehlerei. Das ist nicht ihr Besitz. Der ist gestohlen. So, Staatsanwaltschaften haben sich natürlich sofort eingestellt. Das Bundesarchiv, der Präsident des Bundesarchivs hat mir gesagt, Frau Weber, Sie haben völlig recht, wir bedauern diese Privatisierung auch sehr, aber wir können dagegen nichts machen. Also das ist so, wie wenn ich in den Supermarkt gehe und sehe einen schönen französischen Rotwein, den privatisiere ich dann. Also, ja, finde ich, würde ich auch gerne, weil ich finde es wichtig zu wissen, das sind Diebe und wer das billigt, ist Komplizen von einem bandenmäßigen Diebstahl. Das ist nicht einfach irgendwie, dass da mal was passiert. Das hat nämlich auch Helmut Schmidt gemacht, der alles zum deutschen Herbst, alles mit nach Hause genommen hat. Das hat auch der Herr Genscher gemacht. Auch das liegt im Büro Genscher und ist privatisiert. Gut. Ich habe dann das Bundesarchiv verklagt wegen Untätigkeit. Ich glaube, das Bundesarchiv war gar nicht so unglücklich darüber, dass das mal jemand macht, weil, ja, die wollen eigentlich auch die Akten bei sich haben. Und nur wenn die im Bundesarchiv liegen, ist garantiert, dass alle Forscher unabhängig ihrer politischen Einstellungen gleichermaßen Zugang dazu haben. Und nur so kann man Geschichte schreiben. Alles andere ist Propaganda. So. Also, der Prozess läuft. Ich habe den eingereicht im Verwaltungsgericht in Koblenz verloren. Oberverwaltungsgericht, weiß ich jetzt nicht, Mainz, glaube ich, auch verloren. Bundesverwaltungsgericht auch verloren. Dann bekam ich erst mal eine Rechnung über mehrere tausend Euro, weil ich ja auch den Gegner und die Gerichtskosten und alles bezahlen muss. Und ich sage das auch, weil das ist wichtig für euch. Habt keine Angst vor den Kosten. Fefe hat dann einen Spendenaufruf gemacht und das Geld kam sofort zusammen. Die Leute sind solidarisch. Wenn die wissen, das ist so, hier sind die Dokumente, die Leute spenden dann 10 Euro oder 5 oder 20, das ist die Größenordnung. Und das Geld kommt zusammen. So, wir sind jetzt beim Verfassungsgericht. Also, bisher war das Verfassungsgericht, die Richter in Karlsruhe waren bisher die Einzigen, die gesagt haben, irgendwie riecht das aber doch alles kriminell. Die haben es angenommen. Und dann haben sie, finde ich eigentlich völlig klasse, an Gutachten angefordert, beziehungsweise Möglichkeiten der Stellungnahme an das Bundesjustizministerium, an das rheinland-pfälzische Justizministerium. Da sitzt die SPD, ne? Ja, ich glaube schon. Und an den Bundesgerichtshof, also Oberstes Deutsches Gericht auch. Ob die irgendwas gegen diese kriminelle Bande, die da in der Politik tätig ist? Und zwar, das ist System. Das ist nicht ein Langfinger. Das ist das normale System, mit dem Gesetze, in dem Fall das Bundesarchivgesetz, ausgehebelt wird. Ein Gesetz, das mal vom Parlament gemacht worden ist. So, ich habe nichts gehört von Karlsruhe. Mein Anwalt hat dann gesagt, die Frist ist längst durch. Was ist denn jetzt mit den Gutachten? Dann haben sie wieder nicht geantwortet. Dann habe ich nach dem IFG einen Antrag gestellt bei den Justizministerien und beim BGH und habe gesagt, schickt mir mal eure Stellungnahme, würde ich gerne sehen. Also vom BGH habe ich noch nicht, aber sowohl vom Mainzer Justizministerium als auch vom Bundesjustizministerium habe ich dann die Antwort bekommen. Wir haben auf eine Stellungnahme verzichtet. Also kann man nur sagen, Komplizenschaft. Die gucken zu, wie dieses Material illegal entwendet wird und tun nichts. Im Grunde müsste man die wieder anzeigen, wegen Duldung von Straftaten. Aber es tut ja niemand und man findet keine Richter. So, das Verfahren ist anhängig in Karlsruhe. Was immer da passiert, das will die irgendwie den Medien oder so entnehmen. Ich habe dann, ich habe jetzt noch eine dritte Runde eingeleitet. Das war vor zwei oder drei Jahren. Ich lebe ja in Argentinien. In Argentinien gab es in den 70er Jahren eine Militärdiktatur. Und dann dachte ich mir, naja, was haben denn die deutschen Dienste dazu? Und habe einen Antrag gemacht, sowohl im Kanzleramt. Die haben was rausgerückt. Und beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Weil die haben ja die ganzen argentinischen Flüchtlinge hier in Deutschland überwacht. Und die haben die Solidaritätsgruppen überwacht, die hier mit Südamerika solidarisch waren. Und die haben auch Leute, die nach Südamerika gefahren sind, die haben sie auch verfolgt. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz muss was haben. Und natürlich der Bundesnachrichtendienst, meine Freunde vom BND. Der BND hat dann gesagt, ach, Frau Weber, das ist alles so schwierig. Wobei, ihr müsst wissen, der Bundesnachrichtendienst hat seit den 60er Jahren einen sogenannten Residenten an der deutschen Botschaft mit Diplomatenstatus. Und der sitzt dann da und der geht bei seinen befreundeten Diensten ein und aus. Und der war eben in der Diktatur eben auch, ja, war ja auch mit diesen Diensten befreundet. Die haben Zehntausende von Leuten nachts aus ihren Wohnungen verschleppt und dann gefoltert und dann aus Flugzeugen ins Meer geworfen. Also das waren keine Fräuleins. Und das waren eben die befreundeten Dienste von unserem demokratischen Bundesnachrichtendienst, Merkels Lieblinge. So, dann hat der BND gesagt, er hat ein Friedensangebot gemacht. So, ja, wir geben Ihnen da. Ich wollte alle Dokumente in diesen sieben Jahren, also von 75 bis 83 Ende der Diktatur, alle Dokumente des BND-Residenten in Buenos Aires haben. Also ich meine, so ein Mann schreibt ja jeden Tag einen Bericht oder mindestens jede Woche. Das ist schon interessant. Dann haben sie mir ein Friedensangebot gemacht und haben dann gesagt, ja, hier haben Sie mal 200 Seiten. Da sind ein paar Sachen drin. Naja, also es war trotzdem interessant. Am interessantesten waren die Deckblätter, wo der Verteiler von den Berichten ist. Da war nämlich auch das Bundesamt für Verfassungsschutz dabei. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat mir gegenüber gesagt, ja, wir haben gar nichts zu Argentinien. Überhaupt kein Blatt, beziehungsweise es wäre so anstrengend, das zu suchen, das können wir gar nicht leisten. So, dann habe ich beim Verfassungsschutz wieder gesagt, okay, ihr findet es nicht? Ich finde es schon. Ich will jetzt zu euren Findmitteln. Nein, nein, ihr lacht, das Zentrale sind die Findmittel. Wenn ich Findmittel durchsuche, was ich beim Auswärtigen Amt tun kann, da gibt es dicke Bücher, da gibt es Computer, das wird auch gut gemacht da, solange es nicht geheim ist, also so, weiß ich ungefähr, was mich interessieren könnte. Ich kenne ja den Kontext. Ich kann das ja nicht von vornherein bestimmen als Journalistin. Ich weiß ja gar nicht. Aber wenn ich sehe, ach, das kann sein, dann hole ich mir das. Dann ziehe ich mir die Akte und dann weiß ich das. So, ich habe dann Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz eingereicht. Ich habe am 15. Dezember in Köln verfahren. Wenn hier einer aus Köln ist, ist er gerne eingeladen. Verwaltungsgericht, Appell Luftpass in Köln. Der Verfassungsschutz sagt, das geht so nicht. Wir haben da nichts, wir wollen auch nicht. Und wir haben das nie gemacht. Und wo kämen wir denn da hin? Und dann könnte jeder kommen. Die Richter sind relativ sauer, weil ja auch die allgemeine Stimmung nicht so richtig verfassungsschutzfreundlich ist. Ja, warten wir mal ab. Also es geht in Köln um die Findmittel, weil die sagen, sie haben ja nichts. So, ich habe auch Klage gegen den Bundesnachrichtendienst wieder eingereicht, wegen dem Rest. Und das ist jetzt in Leipzig. Da kann ich gleich im Bundesverwaltungsgericht anfangen. Und der BND ist in einer ganz schwierigen Lage. Tut mir fast schon leid. Er hat jetzt die dritte Fristverlängerung beantragt, weil wir haben beantragt, ein In-Kamera-Verfahren zu machen. Also wenn die Behörde sagt, das ist alles so geheim, das geht nun gar nicht, das kann ich dir nicht zeigen, dann gibt es die Möglichkeit, in einem speziellen Senat in Leipzig im Bundesverwaltungsgericht zu sagen, dann sollen die Akten alle nach Leipzig zu diesem Senat und der guckt die durch. Ich komme da nicht dran, aber der Senat guckt die durch. Also acht Jahre lang oder sieben Jahre lang Akten, das ist eine ganze Menge. Gut, er musste das am 15. Oktober abliefern. Er hat die dritte Fristverlängerung beantragt, die ist ihm nicht gewährt worden. Und der war wirklich immer ganz artig und hat dann geschrieben, wir haben uns so bemüht, aber wir schaffen es wirklich nicht. Gut, ich weiß nicht, was jetzt ist. Der letzte Stand ist, er hat es nicht geschafft. Der BND hat versprochen, vom Bundeskanzleramt eine Sperrerklärung vorlegen zu lassen, weil die Argumentation vom BND ist, die Dienste in der Welt, auch wenn das undemokratische Regime sind, wie damals die argentinische Diktatur, die Dienste arbeiten immer auf Vertrauensbasis. Und wenn wir dann anfangen, unsere Akten freizugeben, dann zerstören wir das Vertrauen und dann sind wir nicht mehr vertrauenswürdig in der Welt, dann kriegen wir keine Informationen mehr, dann ist die Sicherheit der Bundesrepublik gefährdet. Das ist im Moment ein bisschen schwieriger geworden, weil ich hatte mich an die argentinische Regierung gewandt. Die behaupten zumindest, was sie dann wirklich macht, ist was anderes. Sie wollen Deklassifizierung der Akten der Diktatur. Und dann habe ich gebeten, bitte gib mir das mal schriftlich. Und die haben dann gesagt, ja, das hast du hier schriftlich, wir deklassifizieren, wir haben auch Abkommen mit anderen Regierungen, auch mit Frankreich, die arbeiten jetzt mit uns zusammen, Uruguay, Bolivien, da geht es um die Operation Conor, die machen das, wir sind auch dafür. Und das habe ich bei Gericht eingereicht und habe auch der netten Angela, falls der BND sie nicht richtig informiert, eine Kopie davon geschickt, dass sie sich gut überlegt, ob sie eine Sperrerklärung abgibt. Denn die Argentinier haben bereits gesagt, sie wollen die Veröffentlichung. Und dass die Merkel nun sagt, gegen den Willen Argentiniens sind wir für die weitere Geheimhaltung. Titt, soll sie dann mal sagen. Also, nee, das ist nun wirklich sehr unter der Gürtellinie. Und bisher hat sie es nicht getan. Also ich bin jetzt ganz gespannt, die Stimmung bei Gericht ist ganz gut. Und der BND muss sich jetzt was einfallen lassen. Und das ist das gesamte Archiv. Und da geht es auch um deutsche Firmen. Da geht es auch um Mercedes-Benz. Bei den Sachen, die sie mir schon gegeben haben, ist ganz klar, die sind ein- und ausgegangen in den Folterzentren. Die haben das alles mitbekommen. Ja, der ist auch noch anhängig, dieses Verfahren. Wie gesagt, das ist ja in Buenos Aires noch anhängig. Ich kann euch im Allgemeinen sagen, wenn ihr Informationen wollt, immer eine Rechtsmittelbelehrung verlangen von der Behörde. Und immer und grundsätzlich zu Gericht zu gehen. Habt keine Angst vor den Kosten. Netzpolitik hat zum Beispiel eine eigene Homepage, die helfen euch auch. Und die Kosten kann man, wir kommen immer durch Spendenaufrufe zusammen. Das klappt. Und wir müssen das einfach durchziehen. Die Stimmung ist im Moment gar nicht so schlecht. Und ich denke, dass das Verfassungsgericht sich irgendwann dazu mal äußern wird. Ja, ich denke, vielleicht kommen jetzt Fragen. Man kommt gar nicht hinterher, eine Menge Hände sind in der Luft. Also was ich jetzt aufgezählt habe, das kann man alles auf meiner Homepage noch mal nachlesen, unter Prozesse. Da ist das alles noch mal mit Dokumenten auch und mit Urteilen, da ist das alles noch mal. Kann es nicht sein, dass Sie sagen, das ist staatstragend und das ist staatlich? Da können wir nichts drüber sagen. Ist denn nicht auch die Möglichkeit gegeben, dass sich manche Leute da ziemlich reich verdient haben? Und das wird dann auch geheim erklärt, ja, wer jetzt wie viel an Schmiere oder sowas bekommen hat. Ich meine, wenn wir dann noch an Jules denken von der CIA, der seinem Bruder United Food Company da behöflich... Höflich ist... Höflich ist... Wie bitte? Höflich ist... Höflich ist... Ja, ich wollte nur sagen, das mit Ellen Jules ist mir aufgestoßen. Ist es nicht so, ist es nicht so, dass Korruption damit auch verdeckt wird, dass das also vermischt wird, dass es nicht wirklich um das Gemeinwohl, die Völkerfreundschaft geht, sondern dass sich dort auch Leute, die korrupt sind, die sich fett bedient haben, das einfach als geheim erklären. So sehe ich das nämlich. Nicht mal der Bundesrechnungshof hat Zugang zu den operativen Vorgängen der Geheimdienste. Die werden nicht kontrolliert in ihren Ausgaben. Und sie sagen noch nicht mal, was sie genau ausgeben. Natürlich geht es immer nur um Geld. Es geht um nichts anderes. Heute ist in einer Diskussion, war hier jemand und der hat die grundsätzliche Abschaffung der Geheimdienste gefordert. Ich glaube, er hat es aus den Gründen der Demokratie gefordert. Das ist ein Aspekt, den ich teile. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt. Die sind völlig unnütz. Also ich kenne ja auch die Akten des BND. Ich habe ja dann die Akten bekommen nach den Prozessen. Wenn du das vergleichst mit dem, was das Auswärtige Amt schreibt. Man kann beim Auswärtigen Amt einer verschiedenen Meinung sein. Darum geht es nicht. Aber zumindest sind das gebildete Leute, die Ahnung haben. Und die auch, wenn sie mal eine Dienstreise machen müssen, die abrechnen müssen. Beim BND ist das ja nicht der Fall. Die werden ja auch intern, die kontrollieren sich ja praktisch auch intern so gut wie gar nicht. Die können jede Bewirtungsrechnung, du hast von Geld gesprochen, sagen, die haben sich mit einer wichtigen Quelle gesprochen. Die mussten sie auch bestechen. Ja, wer kontrolliert das denn? Also ich meine, guckt euch doch mal die BND-Spitzel an, die mal aufgeflogen sind. Herr Maus, Herr Dietl, sind das die Leute, die unsere Sicherheit schützen wollen? Dann, das Auswärtige Amt hat zumindest die Leute, die Nachrichten aus dem Ausland für die Bundesrepublik bereitstellen. Dagegen spricht ja auch nichts. Im Gegenteil, eine Bundesregierung muss informiert sein. Aber ein BND, außerdem der Bundesnachrichtendienst und jeder andere Geheimdienst, zu 90 Prozent informierte sich aus öffentlich zugänglichen Quellen aus den Medien. Wenn also die Bundesrepublik sich über bestimmte Länder, zum Beispiel wegen Rohstoffen, wäre ein Argument, informieren sollte, dann sollte sie doch darauf achten, dass dort gute Korrespondenten sitzen. Aber ich weiß es aus Südamerika, sowohl die öffentlich-rechtlichen Anstalten als auch die privaten haben entweder ihre Korrespondenten, nicht nur in Deutschland, das ist eine allgemeine Geschichte, völlig abgezogen oder sie arbeiten mit irgendwelchen Freien oder sie haben das Programm, was sie dann auch wollen, völlig verflacht, dass bestimmte Themen gar nicht mehr vorkommen. Es redet heute niemand mehr über eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung. Diese Themen sind völlig out, auch für die Journalisten, die dort sind. Insofern, wenn sich die Bundesregierung gut informieren wollen würde, dann könnte sie das ja tun, aber sie geht genau den gegenteiligen Weg. Und noch was, warum die Geheimdienste so unnütz sind, was haben sie denn jemals gelöst in der letzten Zeit? Es gab bestimmte Dinge, die sind international gelöst worden. Es gab mal die Abrüstung, es gab mal Oslo, das kam aber nicht vom BND, das kam von den Außenministerien, die sich hingesetzt haben und bestimmte Verträge gemacht haben. So, und dann gab es die Verträge und plötzlich gingen auch im Osten, das betrifft auch die östlichen Geheimdienste, in Kasernen, wo du vorher, wo du verhaftest, wenn du noch die Panzer gezählt hattest, plötzlich mussten sie die Tore aufmachen und es kamen die Leute von der CIA mit der Kamera rein. Ja, und das war ein guter Prozess, weil der endete in einer realen, zumindest vorübergehend, Abrüstung. Ein anderes Problem, die deutsch-französische Wiederfreundschaft ist ein wichtiges Problem, weil für viele Generationen war das der Erbfeind. Die Aussöhnung mit Frankreich, die kam nicht vom BND. Der Adenauer, der hat den BND sogar aus dem Palais Schaumburg geschmissen und gesagt, mit solchen Leuten ist er nicht unter einem Dach und hat die dann nach Pullach geschickt. Das war eine Geschichte, die auf der Politikebene gelaufen ist. Also alle großen Probleme, die wir haben, die werden entweder politisch gelöst oder sie werden gar nicht gelöst. Der BND macht nur noch mehr Probleme, weil er Dinge tut, weil er meint, er könne die tun, weil er darüber keine Rechenschaft ablegen muss, weil er geheim bleibt, die das Problem noch verschärfen. Und er hat keine Erfolgskontrolle. Er kann uns behaupten, er hat das und das getan. Kann jemand kontrollieren? Ja, ich habe zwei kurze Fragen. Eine ist im Chile-Colonial Dignidad. Die Lieferung der Waffen, also deutscher Waffen über Merex AG, Gerhard Mertins, auch zum Putsch gegen Allende. Sind da die Akten inzwischen einsichtig? Das Zweite, wie kommen wir an die Akten in Bezug auf Gladio? Ich kenne Herrn Mertins persönlich. Ich bin damals, ich glaube, das war 1978 zu ihm, zusammen, war damals befreundet mit dem Helmut Frenz von Amnesty und er hat mich da hingeschickt, zu ihm nach Gut Buschdorf. Also zur Information, Herr Mertins war ein Waffenhändler, der zusammen mit dem Bundesnachrichtendienst in Krisengebiete illegalerweise Waffen verschoben hat und hatte zur gleichen Zeit den Freundeskreis der Colonia Dignidad ins Leben gerufen und hat da für die die Werbetrommel gerührt. Das ist ja nie aufgeklärt worden. Ich habe dann 2005 schon an den BND meinen ersten Antrag in Sachen, Quatsch, das war alles damals schon Anfang der 80er, habe ich erst mal an die NSA und CIA Anträge gestellt, weil vor allem von der NSA habe ich mir viel versprochen, weil ja die Colonia Dignidad mit ihrem Mutterhaus in Santiago Funkverkehr gehabt hat und der ist mit Sicherheit abgehört worden. Und das ist alles damals schon abgelehnt worden wegen National Security der USA, die eigentlich mit der Colonia Dignidad, soweit ich weiß, gar nichts zu tun hat. Ich habe dann nochmal 2006, glaube ich, 2005 nochmal beim BND nochmal einen Antrag gestellt und der ging dann hin und her und hin und her und zum Schluss haben sie gesagt, ja, die Akten liegen jetzt komplett in Koblenz im Bundesarchiv, dann bin ich da hingefahren und bekam so ein Hefter mit 26 Blättern und das letzte Blatt war, es hat eine Notvernichtungsoperation stattgefunden, denn dann gab es noch kleinere Anfragen, was das wohl ist im Bundestag. Sie sagen, sie haben nicht mehr als die 26 Blätter. Das sind Zeitungsausschnitte gewesen und irgendwie von Herrn Blüm oder Herrn Geißler eine kleine Anfrage. Das Bundeskanzleramt, ich finde, man sollte sich nicht nur auf den BND, dass man nicht nur den BND als den Einzigschuldigen darstellt. Das Ganze ist politisch gewollt. Der BND ist ein Dienstleister für das Bundeskanzleramt. Die Verantwortung hat Frau Merkel dafür. Das ist ganz klar und sie macht das sehr geschickt, sie schiebt das dann an diese bösen Buben in Pullach. Das ist so aber nicht. Das ist ihre Verantwortung, das ist die Verantwortung der Bundesregierung, was da passiert. Und in Sachen Colonia Dignidad, wo eigentlich alles klar ist, sind die Akten keineswegs vernichtet. Also die liegen irgendwo. Meine Erfahrung ist, es werden keine Akten vernichtet. Auch die Südamerikaner, die sagen, sie haben alles vernichtet. Die Akten liegen immer nur wo, wo man nicht drankommt. Und die muss man suchen. Ein großes Thema ist zum Beispiel der Vatikan. Da liegen eigentlich die interessantesten Sachen. Ich habe auch mal, damals an den Ratzinger noch, Ich war mal Nebenklägerin in einem Verfahren wegen Kindesraub während der Diktatur. Also die Kinder, die deutsche Managerin während der Diktatur sich angeeignet haben aus den Folterzentren. Da bin ich Nebenklägerin gewesen. Und dann habe ich damals dem Ratzinger geschrieben, habe gesagt, pass mal auf, ich würde so gerne an die Unterlagen dran. Und im Vatikan ist das eben so, die werden immer nach Papstregentschaften freigegeben. Und da sind wir jetzt über 1939 angelangt. Manchmal kann man das verlängern auf 1945, aber weiter sind wir noch nicht. Also gerade, was die Nachkriegszeit und die Hilfe des Vatikans für die geflüchteten Nazis angeht, das ist alles noch geheim. Nun war es aber ganz gut, dann hat mich der Ratzinger an den damaligen Erzbischof nach Buenos Aires verwandt und meinte, die Akten liegen vielleicht bei dem noch. Und da gelten ja, da gelten diese Vatikansgesetze nicht. Das war damals der Herr Bergoglio. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Der ist jetzt Papst in Rom. Und ich habe ihn damals kennengelernt und der fand das auch alles richtig. Er meinte, ja, die Akten müssen freigegeben werden. Das ist wichtig. Naja gut, nun ist er in Rom. Er hat ein paar Akten zur Diktatur freigegeben. Das ist pure Pille-Palle. Er hat mich in ein Archiv reingelassen. Also er, der Bischof in Buenos Aires, ein Geheimarchiv der Kathedrale. Das hat er gemacht. Aber Rom ist weiter verschlossen. Dafür brauchst du ein Gesetz der Kurie. Und die Kurie lässt ihn ja keinen Stich machen. Kann man ja nicht sagen. Also das ist noch, glaube ich, die härteste Nuss, die zu knacken ist. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen Ostraum hier, also Russland. Da gibt es jetzt, glaube ich, seit wenigen Jahren von einer Menschenrechtsgruppe in Petersburg ein Urteil vom Verwaltungsgericht, vom Russischen, die auch sagen, nach 30 Jahren sind die Akten frei. Aber ja, das durchzusetzen ist wieder eine andere Frage. Aber zu Russland weiß ich nicht. Und die andere Frage zu Gladio kann ich dir wenig sagen. Das ist eigentlich doch eher auf NATO-Ebene. Oder wo würdest du da ansetzen? Ja, NATO. Aber in den US-Geräusern haben wir da mitgemischt. Das war ja Europa-Weiter. Deshalb ist es nur ein Bezug auf Italien, der mich stärker auch herstellt. Da hat der Daniele Ganser, glaube ich, ein sehr gutes Buch drüber geschrieben. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie das bei der NATO ist, ob es da überhaupt Aktenzugang gibt. Die NATO ist ja, ich glaube, sie ist formal sogar eine private Organisation. Weiß ich nicht. Aber auch wenn es zwischenstaatlich ist, ist das sehr schwierig. Ich habe mal einen Einsichtsantrag versucht zu stellen. Ich habe ihn auch gestellt. Ich habe niemals eine Antwort bekommen. Ich glaube, das ist nochmal schwieriger. Ansonsten kannst du dich ans Verteidigungsministerium wenden, also an das Bundesarchiv NARA in Washington oder direkt noch an das Pentagon und kannst dort versuchen, was zu machen. Ich halte das für schwierig, weil, wie gesagt, das ist eben bei diesen zwischenstaatlichen Sachen, das ist ja bei Eichmann auch so. Eichmann war eine Geschichte zwischen Argentinien, Israel und USA, USA-Pentagon, weil die haben nämlich zur selben Zeit, sie haben nämlich illegale Nuklearversuche gemacht in Argentinien. Und es gibt keine geheimen Verträge zwischen Staaten, aber es gibt diese Zusicherung, dass wir das geheim halten. So, wie kommt man da dran? Ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt in Argentinien. Für mich sind das Mafia-Methoden. Weil es kann in einer Demokratie nicht sein, dass die Bürger nicht wissen, welche Verträge ihre Regierung mit anderen Staaten abschließen. Schon gar nicht, wenn das über 50 Jahre zurückliegt. Und schon gar nicht, wenn das mit Nazikriegsverbrechen zu tun hat. Also das geht eigentlich nicht. Das sind Mafia-Methoden, aber ich weiß jetzt in dem Fall auch nicht, also ich versuche das jetzt, aber die werden sagen, das Dokument finden wir nicht. Oder die vorige Regierung hat es gestohlen. Oder ich weiß es nicht. Das Hauptproblem ist bei der Sache Eichmann, was ich habe, ist, dass es keinen öffentlichen Druck gibt, weil das Ganze so eine unschöne Geschichte ist. Also weil das für Israel auch so wichtig ist und sich mit Israel eigentlich auch niemand anlegen will. Das ist ein Problem. Guck mal, die ganzen Verfahren, die ich damals gemacht habe, ich habe ja versucht, auch damals bei den Grünen, bei der Linken, überall, vielleicht auch, dass sie das unterstützen oder zumindest publizistisch mal unterstützen. Das kannst du alles vergessen. Was ist denn so wichtig für Israel? Wie aus den Akten ganz klar hervorgeht. Weißt du, ich wohne, wie gesagt, seit 30 Jahren in Südamerika, wo die deutschen Nazis gewohnt haben. Das wusste wirklich jeder. Die haben ihre Kinder unter ihrem Namen in die Schule geschickt. Sowohl die Mengele-Kinder als auch die Eichmann-Kinder waren Eichmann. Sowohl im Stadtviertel wie auch auf der Schule. Und das wusste auch die deutsche Botschaft, auch wenn sie das heute nicht zugeben will. Das wussten alle. Herr Mengele hat noch 56 auf seinen eigenen Namen einen Reisepass bekommen von der deutschen Botschaft. Und diese ganze Geschichte von der heldenhaften Suche ist von vorne bis hinten der freien Fantasie des Mossad-Chefs entfleucht. Seine eigenen Akten hat er ja nie freigegeben. Die Mossad-Akten sind bis heute geheim. Ich habe eine kleine Frage zum Bundesarchivgesetz. Und zwar, ich habe gerade erwähnt, dass die BND zum Beispiel ganz unglücklich darüber ist, dass jetzt nach 30 Jahren auch deren Dokumente öffentlich werden. Ich meine aber gestern gelernt zu haben, dass da jetzt auch eine Reform stattfindet und demnächst ausgeschlossen ist und da gar nichts mehr offengelegt wird. Ja, das wollen sie. Aber es ist, glaube ich, noch nicht durch, soweit ich weiß. Ja, das wollen sie gerne haben. Sie wollen das, was sie im IFG haben, wollen sie gerne im Bundesarchivgesetz auch festschreiben. Und man kann ja nicht sagen, dass zum Beispiel die deutschen Journalistenverbände oder die deutschen Parteien da irgendwie größeren Druck machen. Es läuft ja unter ferner Liefen, beziehungsweise es läuft gar nicht. Ja, zu den Gerichten nochmal. Du sagst, da läuft jetzt was beim Bundesverfassungsgericht. Ich hatte bis vor drei oder vier Jahren auch noch Hoffnung auf das Bundesverfassungsgericht. Ich bin da leider an den ersten Senat gekommen, der zweite soll ein bisschen liberaler sein. Aber da muss man natürlich auch, da darf man nicht vergessen, dass es auch ein politisches Gericht ist. Das heißt, es wird von Politikern letztlich bestimmt, die Unabhängigkeit der Justiz, die eigentlich im vorderen Teil des Grundgesetzes garantiert ist, die Unabhängigkeit von der Exekutive, die wird im hinteren Teil des Grundgesetzes ja wieder zurückgenommen. Das heißt, die Richterwahlausschüsse werden ja politisch zusammengesetzt. Und was ich dazu sagen wollte, ist, da kann ich dir nur viel Glück wünschen. Das ist so, im Prinzip, nach der Statistik kriegen nur ein Prozent der Bürger, die sich ans Bundesverfassungsgericht wenden, dort auch recht. Das heißt also 99 Prozent der Bürger sind wahrscheinlich blöd oder so, oder die sehen das nicht richtig. Das ist eine Erfolgsquote, die eigentlich zeigt auch schon, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann wollte ich noch was sagen zu den Geheimdiensten. Es gibt ja zwei Hauptargumente, mit denen sich Geheimdienste immer wieder verteidigen. Das ist einmal der Kampf gegen den Terror. Und das zweite ist, ja, die anderen Länder machen es ja genauso. Und so, das sind diese zwei Hilfsargumente. Das erste Argument mit dem Terror kann man entkräften, weil man, wenn man nachweist, und man kann das ja auch nachweisen, dass Geheimdienste an der Entstehung des Terrors ja selber unwahrscheinlich großen Anteil haben. Und dass sie auch schützen Terrorgruppen, Terrorgruppen, dass sie die infiltrieren und so weiter, dass sie mehr wissen, als sie vorgeben. Ja, die Frage ist eigentlich, wie können wir was dagegen machen? Mein Ansatz ist, man wird versuchen müssen, mit Volksentscheiden was zu machen. Parlamentarisch läuft da sehr wenig, weil die Parlamentarier auch mehr oder weniger Zwängen ausgeliefert sind, die ihnen das Gewissen rauben. Und meiner Meinung nach geht es nur mit Volksentscheiden erst mal auf Landesebene. Es gibt ja auf Bundesebene da auch zwei gegenläufige Entwicklungen. Einerseits sogar die CSU, die jetzt Volksentscheide auf Bundesebene will. Und auch von der Linken her versucht man das ja auch. Aber auch auf Landesebene könnte man viel machen. Man kann dort Initiativen, Bundesratsinitiativen per Volksentscheid beschließen, dass man sagt, die Nachrichtendienste müssen auf legale, wirklich auf legale und menschenrechtskonforme Arbeitsweise verpflichtet werden, und zwar international. Wenn das nämlich für alle gilt, dann zählt dieses Argument, ja, die anderen sind ja auch kriminell, dann haben wir auch die Lizenz zum Töten, die Lizenz zum Morden, zu Terror. Das kann man ihnen dann entziehen. Also es waren jetzt mehrere Sachen. Zum Verfassungsgericht, ja, es ist richtig. Normalerweise macht man dort den Antrag und wird abgelehnt und muss sogar noch eine Strafgebühr von 500 Euro bezahlen, wegen Missbrauch des höchsten Gerichts. Okay, haben Sie bei mir jetzt nicht gemacht. Hoffnung stirbt zuletzt. Terror, ich finde, wir sollten nicht nur moralisch diskutieren, weil da verlieren wir nämlich, da kriegst du keine Volksentscheidung, leider mit durch, das ist die Erfahrung. Für die Abwehr des Terrors ist, Entschuldigung, die Aufgabe der Polizei ist klar, in Polizeigesetz benannt, das ist Strafverfolgung und Gefahrenabwehr. Also die Polizei darf auch im Vorfeld ermitteln, allerdings gibt es dort eine bessere Kontrolle. Die Polizei kann man besser kontrollieren. Also das Argument, dass sie da, was du genannt hast, dass sie durch eigene Spitzel da sogar noch den Terror schüren, das wissen wir, das ist wichtig. Und wie gesagt, sie machen das Problem noch größer. Sie sind ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. Volksentscheide finde ich ganz wichtig, aber wie gesagt, wir dürfen nicht nur auf der moralischen Ebene argumentieren, sondern wirklich sagen, das bringt nichts. Wir verschärfen die Probleme durch die Nachrichtendienste. Vielleicht muss man sogar die Polizei in bestimmten Sachen stärken. Und wir müssen auch dem normalen Bürger, guck mal, in meinem vorigen, ich springe jetzt mal woanders hin. Ich wohne in Argentinien. Bei jedem Grenzübertritt werde ich zu gezwungen, Fingerabdrücke, Iris-Identifikation, und der Personalausweis ist alles schon seit Jahren durch und du kannst keine Behörde betreten ohne diesen Personalausweis, wo deine Iris und alle diese Daten drin sind. Kann man sich gar nicht gegenwärmen. Als ich einmal beim, ich brauchte für das hiesige Finanzamt, brauchte ich so eine Bestätigung vom dortigen Finanzamt. Das ist normal. Und dann haben die gesagt, oh, wir sehen gerade hier ihre letzten Grenzübertritte. Das Finanzamt? Ja, nee, das können wir ihnen jetzt nicht geben. Ich sage, kommen Sie direkt in den Computer von... Ja, natürlich. Das heißt, ich weiß von Fällen, das betrifft mich jetzt nicht, da werden die gefragt, Sie waren in diesem Jahr schon 20 Mal in Uruguay, haben Sie dort ein Konto? Ja, natürlich. Die nehmen das zur Aufstrafe... Nee, es geht ja nicht mal um ein konkretes Strafverfahren in diesen Angelegenheiten. Dann finde ich es ja auch okay, dass ein Ermittlungsrichter sagt, wie oft war der da? Oder was hat der ausgegeben? Nein, die haben einen direkten Zugriff, wie sie auf alle Bankkonten. Inzwischen sind alle Bankkonten im Grunde gegeneinander austauschbar, ohne dass da ein richterliches Ersuchen stattfindet. Das betrifft auch den normalen kleinen Bürger, weil wenn nämlich alles... Wenn du die Ergometrie hast und bei uns ist an jeder Ecke in der Innenstadt ist eine Kamera und du kannst dann die Ergometrie... Das wurde auch gemacht in Strafverfahren. Ich habe das gesehen. Da wird ein Täter gesucht und dann gucken sie erst mal, wer ist... Du kannst das alles ganz klar hinterher dann herausfinden und der normale Bürger, der vielleicht nur mal... Vielleicht mal irgendwie was am Finanzamt vorbeimachen will, der wird, wenn das so weitergeht und wenn die diese Datenmengen dann auch gegeneinander abgleichen können und das ist eine Frage der Zeit und der Geräte, die sie dann anschaffen, der wird sich damit dann konfrontieren lassen müssen. Dass das Finanzamt über alle Schritte zum Beispiel informiert ist. Tja. Also wie gesagt, Volksentscheid ist unbedingt wichtig, aber nicht nur eine moralische Argumentation. Hallo, hier. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank für diesen sehr lebhaften und total spannenden Vortrag. Eine Frage fällt mir ein zu Argentinien und 1978 und dem Fall der Studentin, ich glaube Käsemann oder Käsemann hieß es? Käsemann, ja. Käsemann, die ja ermordet worden ist von darunter. Da soll es ja Wissen gegeben haben durch das Auswärtige Amt und durch den Botschafter, dass die, obwohl sie abgeschritten worden ist, in den Gefängnissen darunter sich befunden hat. Gibt es da jetzt neue Informationen oder hast du da was zu sagen können? Ich weiß nicht jetzt, wie der letzte Stand war. Ich habe nur irgendwann mal eine Reportage von längerer Zeit gesehen und das war alles so nur, naja, schmierig klang es und aber es wurde alles von offizieller Seite abgestritten, soweit ich das weiß. Kannst du da was zu sagen? Ja, aber die Akten sind ja nicht komplett offen. Das ist ja leider nicht der Fall. Wie gesagt, Herr Genscher hat ja auch die Sachen mit nach Hause genommen und gestohlen damit. Und das Auswärtige Amt, ich habe das Auswärtige Amt jetzt wieder aufgefordert, auch da geht es um eine Sache der 70er Jahre. Wenn die Akten nicht bei Ihnen sind und wenn die ein Beamter mitgenommen hat, was haben Sie unternommen, um die Akten wiederzubekommen? Wenn nämlich nichts unternommen wurde, dann haben Sie das geduldet oder sogar dazu aufgefordert. Weiß man es? Ich weiß es nicht. Nein, die Akten sind zum Teil immer noch geheim. Ich habe damals den Fall vor kurzem in den Zieschank recherchiert. Da hat dann das, es war auch so ein Student aus München, der war hier ganz wichtig in der Solidarität mit Argentinien und der ist auch verschwunden. Und der hat dann das Kanzleramt ein Kassiber freigegeben nach eben diesen ganzen Jahren, jetzt vor einem Jahr. Und da steht dann eben auch drin ein Kommentar, Kopie davon bitte an den Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst von diesem Kassiber, weil er nämlich auch bestimmte Organisationen genannt hat. Er hat seinen Leuten, seinen Freunden in München gesagt, wendet euch an die Studentenorganisation so und so, wendet euch an diese Organisation, also alles legal ist wie der Asta, damit die das auswerten können. Nicht damit sie dem illegal festgehaltenen, in der Folterhaft festgehaltenen Verhafteten helfen können. Nee, damit da die Dienste auch noch ein bisschen Informationen raussaugen können. Das ist die Realität. Wir müssen auch bald zum Tresen. Also die Zeit ist jetzt um. Die Zeit ist eine Punktlandung. Vielen Dank, Gaby Weber. Das ist halt ein guter Schlusswort. Also ich habe hier bei den, also erstmal genau die Bar ist gleich eröffnet. Ich hatte hier gerade eher nicht ganz ernste Rückfragen auch von Informatikern bekommen, ob du ein Software-System nutzt zum Managen deiner Gerichtsverfahren, also mit was ist offen, was läuft, so ein Tracking-System und ob man da auch so Tickets schließen kann und closed und wiedererinnern oder ob du das alles manuell machst mit deinem Blog. Doch, doch. Auf meiner Homepage, wo mir Leute, die hier auch Veranstalter sind, auch geholfen haben, das anständig zu machen, kann man das in drei Sprachen sich da alles angucken. Das wird regelmäßig aktualisiert und man kann da auch sagen, dass man so eine Benachrichtigung haben will. Doch, doch, das gibt es alles. Aber du nutzt das nicht zum Managen. Also du hast noch einen Überblick darüber, wie viele Gerichtsverfahren du führst. Also ich bitte euch nochmal, geht zu den Gerichten. Macht das. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Ja. Ja. Da sind es jetzt. Ja. Da sind heute Zeit. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020